hallöchen ihr lieben und willkommen zu einer neuen zeit hier mit flotz am ach wo wir erst noch das steg element fertig bauen sollten na gut dann bauen wir noch ein steg fertig warum nicht ich brauche feuerholz habe ich doch eigentlich gibt dem affen brennholz wie man so schon sagt ein bisschen habe ich davon noch sehen habe ich leider nichts zum exportieren da fehlt mir die exportise für und wir haben derzeit kein holz das wird immer furchtbarer gut bau das scheiß ding fertig damit wir los segeln können das ding ist fertig wir setzen segel da gehen wir hierhin features dorfbewohner und eine verlassene stadt ich bin gespannt wohin uns der weg treibt geht hier auf jeden fall noch ein gutes weichen weiter offenbar wir sind in neuen regionen sehen hier ein hüttendorf sehen dort eine einsame insel wo offenbar zwei persönlichen sind marco not qual und mariana the shark plündern ja hier können endlich plündern das gefällt mir dann plündern wir doch mal auf was heißt auf gut glück sondern auf gut spaß eigentlich eher muss ich mal sehen wir müssen doch hier eine möglichkeit haben auch mit unserem schiff zu segeln fortbewegung der stadt wer wissen jedoch auch innerhalb unseres dings hier wieso konnte ich dort nicht machen das finde ich irgendwie dämlich na gut vermutlich wäre es zu einfach wenn man die stadt zu jedem teil hier hin bewegen kann dann bräuchte man die boote gar nicht mehr also machen wir das beste daraus und setzen einfach hier mal eine schwimmen wobei nö ah ne wir brauchen unser boot erstmal noch scheiße das ist natürlich weniger praktisch muss ich ehrlich mal zugeben ach herr jemini so aber das boot geht hier auf jeden fall los da bin ich gespannt was dabei rauskommt hier wird noch ein bisschen was an wasser haben bisschen was her produziert mensch schlechte wortspiele da sind sie wieder aber haben derzeit ein klitzekleines holzproblem so ein scheiß aber haben zumindest 30 holz noch auf vorrat das bedeutet 15 wasser die daraus produziert werden können naja ach da unten da ist ja richtig versunkene stadt da sieht man ja gebäude unten ich hoffe das lässt sich auch bei euch erkennen dass da mal was war so und jetzt wird geplündert was das zeug hält zack 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 jawoll schön vollladen das ding mit holz mit getrocknetem holz sogar und rüttel rüttel die katze da geht es munter weiter mal sehen was er diesmal rausgeholt hat zack 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 immer rauf damit und weg und drei forschungspunkte mal sehen wofür reichen die die reichen für gar nichts und eigentlich wird das hier so mein traum derzeit wasseraufbereiter ich glaube das könnte ich echt am besten gebrauchen derzeit aber hey erforschen warum nicht aber mehr kriegt er nicht ah bisher haben wir geplündert also da kommt vermutlich noch mehr bei raus das wäre schön wenn wir da die 10 punkte zusammenbekommen ich würde mich zumindest da drüber ganz gut freuen trockengestell könnten wir noch eins bauen in der theorie oder auch noch eine destille oder was haben wir denn noch so schönes ja wir können natürlich auch noch so eine anlegestelle wenn wir lustig drauf sind trockengestell holzschuppen aber eigentlich reicht einer bisher bauen wir mal zwei weiteren weiser voraussicht so 35 haben wir noch wasser und weiter wird hier geackert das ist schon mal schön aber unsere nahrungsmittel gehen auch langsam verdächtig zu neige das ding muss geleert werden tung 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 hat zumindest da wieder was wofür haben wir das ach das altmetall haben wir vermutlich hierfür gebraucht für das Segel schnell ins Brot ich weiß ja nicht wie lange wir Zeit haben fürs Retten ach der pendelt wieder los das gefällt mir da haben wir noch sieben von acht haben wir noch mal hier so fünf Stück irgendwie ja Feuerholz also langsam haben wir gut Brennholz sollten wir vielleicht ein bisschen was auch noch übrig behalten aber der ist auch noch hier eher in diesen Häusern unterwegs und wieder rotzevoll das gefällt mir ach aber nur drei Forschungspunkte noch immer das ist schade und Hunger hat er auch noch so viele extra Wünsche ähm auch sowas können wir gerne mal herstellen einfach weil wir es können Wasserproduktion na wir haben zwar nur noch 14 aber dafür auch vier Stücks die abgeholt werden dürfen das ist auch gar nicht mal so schlecht ja ich glaube die Brennholz bzw. Wassermisere wird uns noch ein bisschen verfolgen bis wir eine bessere Alternative entdeckt haben das bedeutet eigentlich können wir ja auch das ist eine Schwimmmarkierung ne ich glaube ja Polienmarkierung zum Schwimmen das sieht ganz danach aus ja also wenn jemand Bock und Zeit hat kann er da gerne ach da wurde sogar schon rüber gejuckelt offenbar glaube ich da gibt es ja eher Plastik aber haben wir jetzt ja auch wieder Trockenholz bekommen muss nur hier irgendwie geleert werden von einem Gelehrten ah da sieht die Welt schon anders aus bauen wir denn nochmal so ein Ding hier hin weil wir es können und dann kann da ein Fischerboot hin und dann können wir fischen wäre glaube ich nicht das aller übelste wenn wir da mal ein bisschen was auf Reserve bekämen ich weiß nicht ob die Welt ein bisschen größer ist oder zumindest gehaltvoller aber wo sind denn die Fischis Fischis wo seid ihr gibt es hier Fischis da gibt es Fischis oder ne da gibt es Plastiks scheiße wo habe ich denn Fische äh oh man wieso gibt es hier keine auf der anderen Map gab es doch genug Fisch auf der anderen Map gab es doch genug Fisch irgendwo irgendwo müssen wir doch Fisch herbekommen ich verstehe es nicht müssen wir vermutlich schnell plündern und dann zur nächsten Insel so vermute ich das zumindest ah sechs Forschungspunkte sind wir mittlerweile jawohl diesmal hat er Brennholz dabei ja warum nicht Brennholz können wir auch gebrauchen ich meine wie viel haben wir davon derzeit oh 34 weiß ich und unsere Wasservorräte sind derzeit besser als unsere Futtervorräte wo ich ein bisschen Angst langsam bekomme um ehrlich zu sein ich habe Vertrauen dass die das schon irgendwie schaffen aber ich brauche Fische das ist von nur diesen Dicken hier wieso habe ich hier kein Gefühl das ärgert mich ehrlich naja ja da haben wir wieder einiges zum abholen unser Wasserproblem scheint sich langsam ein kleines bisschen zu bessern es ist nicht schön aber es könnte auch schlimmer sein glaube ich aber keine Sau bemüht sich mal hier ein bisschen rumzuschwimmen habe ich den Eindruck ah doch da bemüht sich jemand er war stets bemüht so was gibt es denn hier ah Futter yo das gefällt mir und insgesamt bei 8 Forschungspunkten bedeutet es fehlen nur noch ein paar mal sehen was wir da noch alles plündern können ja Fischfang gibt es ja nichts wir haben ja nichts aber zumindest haben wir Nahrung wieder ein bisschen und unser Wasser sieht auch gut aus was wollen wir mehr ach ich gebe mich heute ja schon mit sehr wenig zufrieden ehrlich gesagt das verballer ich mal alles damit wir mehr Wasser bekommen weil unser Holz schwindet langsam wieder so ne Scheiße aber vielleicht gibt es hier noch Wasser mal sehen was hier jetzt entdeckt wird so er kommt wieder mit Konserven ohne Ende ach ist das schön und nochmal rein mit dem Jungen ach mittlerweile geht er auch ganz nach oben zack da geht er offenbar wohl wie komplett geplündert mehr gab es da leider nicht schade ich hatte noch so auf 2 Pünktchen gehofft aber hey es sind 6 Konserven die nochmal dazu kommen ist gar nicht mal so schlecht dann retten wir gleich die anderen hier und dann geht es weiter retten das wird unsere nächste Mission offenbar so hier haben wir mittlerweile auch ein paar Exportgüter es geht voran langsam aber unbeständig und einmal hier die Konserven wegpacken ja wir haben wieder über 20 das ist schon mal was wert auch da nochmal eine kleine Ladung perfekt und ab gehts zum retten oh da bin ich auch mal gespannt Plönern hatten wir schon Rettungsmission ist wieder was anderes mit Auto hier mit Straße mal sehen wie die da hochkommen es wird interessant ach jump and run einfach hier so zack als wäre nichts los gehts da einfach rüber dann gibt es erstmal hier so ein bisschen High Five und dann haben wir offenbar neue Flotsamisten neue Schrotthausene so einmal aufsteigen bitte jawohl und ab geht die wilde Fahrt was heißt die wilde Fahrt aber die Fahrt geht auf jeden Fall ab mal kurz gucken was haben wir hier leider keine Forschungspunkte ich bin nicht begeistert aber wir haben jetzt zumindest mehr Leute die auch was einsammeln können vielleicht bringt das ja auch was dass wir hier so ein bisschen passiv irgendwas bewerkstelligen können können wir auch ein Bötchen hier da wo Holz ist am besten ne das ist näher deswegen nehmen wir das so machen wir mal so und basteln einfach mal ein bisschen dran weiter bevor wir wieder lossegeln glaube ich weil ich weiß auch nicht was die nächste Insel bringen würde das ist das Problem aber jetzt geht es erstmal auf jeden Fall los machen wir einfach das Beste draus mehr bleibt uns eh nicht übrig es wird langsam wieder eng und wir haben ganz viele Leute die Wasser brauchen bum 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 das bringt zumindest ein bisschen was kann man hier wieder was produzieren ist auch nicht schlecht kann ich sehr gut gebrauchen wo ist denn der rest des holzes gelandet wie auch immer wir brauchen brennholz wir bekommen brennholz die destillerie läuft heiß oder flüssig je nachdem ich weiß nicht ob drei dinge es hier ausreichen wir werden es ja sehen da haben wir wieder was zum exportieren ist gar nicht schlecht holz haben wir da ein bisschen auf vorrat ist auch geil ja das geht langsam in die richtige richtung 28 wasser haben wir da ja es scheint gut zu gieren mit einer destillerie für fünf leute weil wir die viel besser bedienen können hier wird geackert und geschuftet wie sonst was ich mag es ach wir müssen das ding erst mal trocknen okay da brauchen wir offenbar noch was sowas können wir gerne noch bauen so aber wir kriegen jetzt ein essensproblem deswegen würde ich sagen wir bauen noch diese plattform des trockenstellen und dann wird weiter gesegelt und dann kann es hoffentlich weitergehen so Feuerholz wird immer weniger Scheibenkleister. Basteln wir das nochmal fertig. Zack, da ist es fertig und wir können auch dort einfach mal vorerst Holz machen. Trockenfisch kommt dann denke ich mal demnächst. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge mit Flotzam. Ich hoffe ihr hattet wieder Spaß. Bis dahin, Tschüssikowski.